Herzlich willkommen zum Feature-Teaser des Trucker-Jobs auf VO5. Mein Name ist Fachpersonal und dieses Mal schauen wir uns den Trucker-Job an. Man sollte beachten, dass der Server sich Zeit noch in einer Entwicklungsversion befindet. Das heißt, Features können sich bis zum Release verändern oder entfernt werden. In einer florierenden Wirtschaft wie in Los Santos müssen täglich tausende Waren transportiert werden. Egal ob Supermarkt oder Metallindustrie, jeder ist auf schnellen und sicheren Transport angewiesen. Hier kommst du ins Spiel. Deine Aufgabe ist es so effizient wie möglich, Waren von A nach B zu transportieren. Aber natürlich musst du auch erstmal klein anfangen. Zuallererst musst du dich mit einem kleinen Lieferwagen bedienen. Dieser kann zwar schon einiges transportieren, reich wirst du davon aber nicht. Dennoch musst du bereits hier beweisen, dass du es drauf hast, zügig mit einem schweren Laster durch die Stadt zu fahren. Sobald du dich mit der Fahrweise des Mules vertraut gemacht hast, darfst du dich auf ein Benson stürzen. Dieser ist schon um einiges schwerer zu manövrieren und verlangt in der engen Innenstadt dein ganzes Können. Für diese Arbeit bekommst du aber auch schon einen guten Stundenlohn, von dem du dir einige Kaffeebecher an der Autobahntankstelle kaufen kannst. Wenn du auch mit dem Benson komplett ausgelernt bist, wartet die Königslasse der Transporter auf dich. Der Pounder ist ein schwerer Lastzug, den nur erfahrene Trucker fahren können. Durch sein enormes Gewicht und seine absurde Länge bringt dich dieser Truck schnell ins Schwitzen. Vor allem, wenn du mal rückwärts fahren musst, wird es schnell eng. Aber die Schwierigkeit zahlt sich hier aus. Solltest du den Pounder meistern, bekommst du pro Auftrag einen satten Lohn. Also worauf wartest du? Starte noch heute deine Karriere als Trucker. Es gibt doch nichts schöneres als Autofahrer auf der Schnellstraße anzuhupen. Alle Informationen zum kommenden Vio 5 Server findest du auf www.vio-v.com, folgt einfach dem Direktlink in der Videobeschreibung. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst, empfehle ich außerdem ein Abo da zu lassen. Teile das Video mit deinen Freunden und lass uns gerne ein Like da, wenn du es auch kaum erwarten kannst, auf dem fertigen Server zu spielen. Das war der Fahri und wir sehen uns beim nächsten Feature-Teaser. Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!